Ause! Ja! Wir fahren jetzt von mir zu einem kleinen Ort und von diesem kleinen Ort dann zu Matze nach Hause. Das wird ungefähr 100 Jahre dauern! Okay, was denn wär? Das werden wir ein bisschen dokumentieren und dadurch sterben, weil YouTube Broadcast Yourself und so. Wenn es so ist es, 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 wenn es so ist es. Also, großem Respekt an die Menschen, die tatsächlich die Longbow-Zuge, also durch Deutschland gefahren sind, da kackst du ja abbei! Also, ich bin K.O. und wir sind gerade mal 6, 10km höchst zu fahren. Ja, gut, Mann. Ich verstehe Leute, die nicht vor dem Essen mit Zähneputzen. Das schmeckt doch nicht, oder? Das schmeckt das? Schlappt in die Kommentare. Nein! Hallo! Hallo! Ja, wir sind jetzt bei unserem zweiten Frühstück. Das sind die ganzen Videos irgendwie nur am Kramen hier. Er ist immer nur am Kramen, der Junge. Und dann fahren wir gleich weiter. Richtung Heiterhausen. Ahahaha! Das ist bestimmt so vollgewickelt. Huiui! Da ist ein Juni-Käfer, ich rette ihn! Der lebt sogar noch! Ja, wie man sieht, sind wir jetzt am See. Da ist ein fette Dibelle. Oh nein! Meine Gruppe ist weg! Oh! Hexen-Käfer! 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 Stahlwagen! Stahl! Stahl! Dienen Stahlack! Nein! Ok тогда! Untertitelung des ZDF, 2020